Ja, habe die Ehre, meine Willen-Cripple-Friends, euer Avon ist da, danke fürs Einschalten und Vorbeischauen und an dieser Stelle fange ich heute mal an mit, ja, meinen 5 Abonnenten statt Abonnenten, Freunde, René Tunis, D.O., wahrscheinlich Dominik, Every Sort of Person, Hafen Andy und Daniel Klaue. Vielen, vielen Dank an euch für eure Plus-Unterstützung und Wertschätzung meiner Arbeit und Zeit in Form eurer Mitgliedschaft, ja, Abonnent statt Abonnent, wie ich das Ganze nenne, passt eigentlich ganz gut. Vielen, vielen Dank, ja, 13 Monate Daniel schon, 11 Monate Hafen Andy, 4 Monate unser Chris, Average Sort of Person, 1 Monat unser D.O. und seit einem Tag René Tunis, top, vielen, vielen Dank an euch. Und auch natürlich an alle da draußen, die keine Abonnenten sind, sondern Abonnenten, ja, die einfach immer wieder unter den Kommentaren, einen Kommentar da lassen, mich unterstützen, auf Instagram, Telegram, Twitter und einfach nur die Information aufsaugen, Freunde. Genau deswegen mache ich das Ganze für euch und natürlich, ja, ich pushe euch, ihr pusht mich und fertig. Mehr braucht man hier in diesem Zusammenhang auch nicht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, das wollte ich einfach mal wieder loswerden und, ja, aktualisieren das Ganze. Und wenn euch gefällt, was ihr hier seht, geht natürlich raus an die Neuen, dann lasst doch gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da, damit ich weiß, ja, was da draußen geschieht in euren Köpfen. Und dann sind wir alle auf dem richtigen Weg. Leute, in diesem Video stelle ich, ja, erneute Konkurrenz vor. Chinesischer Blockchain-Gigant wird neuer Konkurrent von Swift und Stellar Lumens. Hm, auch Ripple mit Ripple.net kann ich hier dazu zählen. Für CBDCs und Stablecoins. Ich stelle in diesem Video genau vor, was dieser Blockchain-Gigant ist und macht und wie das Ganze funktioniert. Und zum Schluss sehen wir alle unseren Fazit, ja, ob es jetzt tatsächlich ein Konkurrent ist. Aber, Freunde, ich muss dazu sagen, die Konkurrenz schläft nie. Egal, ob es eine private Firma ist, egal, ob es auf dem Aktienmarkt ist, egal, ob es eine Gruppe ist oder Non-Profit-Organisation. Organisation, Organisation oder Regierungen. Die Konkurrenz schläft nicht und jeder reißt sich um diese neue Technologie. DLT, Blockchain, Krypto, egal wie man es nennt. Und einfach diese Nische, diese neue Technologie, revolutionierende Technologie. Jeder reißt sich rum und vielleicht auch, jetzt gerade in mein Hirn geschossen, vielleicht wartet man genau deswegen noch mit der allgemeinen Regulierung. Keine Ahnung, okay. Also, UDPN nennt sich das Ganze. Will CBDCs und Stablecoins durch Skalierbarkeit und Interoperabilität unterstützen? Und, Freunde, hier ist tatsächlich nur CBDCs und Stablecoins gemeint. Ja, nix mit Krypto-Projekten und Tokens und Coins, sondern nur Fokus auf CBDCs und Stablecoins. Deswegen habe ich hier Ripple auch sozusagen mit hier reingenommen ins Boot. Das Universal Digital Payment Network, UDPN, wurde gerade ab dem Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellt. Also auch auf einer großen Bühne. Im White Paper, was wir uns auch anschauen werden, des UDPN wird das Ökosystem als Distributed Ledger Technology beschrieben. UDPN will für CBDCs und Stablecoins das tun, was SWIFT als Nachrichtensystem für Finanzunternehmen tut. Das Netzwerk emuliert SWIFT als eine der Möglichkeiten, die Barrieren zwischen Stablecoins und digitalen Zentralbankwährungen, also CBDCs, zu beseitigen. Also, wir können hier zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt das UDPN, ist das SWIFT 2.0? Und wo, in welche Richtung geht das Finanzsystem und die Banken und die Regierung Richtung Stablecoins und CBDCs? Also, wieso nicht so ein SWIFT 2.0 machen? UDPN wird auch von Red Date Technology unterstützt, einem der wertvollsten Blockchain-Unternehmen in Hongkong. Red Date Technology konzentriert sich auf öffentliche IT-Systeminfrastrukturen der nächsten Generation. Und bei Red Date Technology arbeitet man seit über einem Jahr an der Entwicklung von UDPN. Ja, Red Date Technology schauen wir uns ganz kurz nur an. Red Date Technology ist ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Hongkong, das sich dem Aufbau öffentlicher IT-Systeminfrastrukturen der nächsten Generation für Internetkommunikation, digitale Ökonomien und Metaverse verschrieben hat. Hier auch ihre Partner, unter anderem Algorand Foundation, Digital Assets, Chinamobil zum Beispiel, Hippaladger logischerweise und Air3, die natürlich auch ähnliche Plattformen machen möchten. Solana, der Linux Foundation und, 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 und. Und, also wie gesagt, auch kein kleines Unternehmen mehr, wovon hier die Rede ist. Ein kleiner Ausschnitt vom White Paper. Das UDPN geht diese Probleme an, indem es ein globales Zahlungsnachrichtennetzwerk zur Unterstützung von Stablecoins und CBCs in dezentralen und zentralisierten Währungssystemen bereitstellt. Das UDPN wird ein gemeinsames dezentralisiertes Netzwerk und zugehörige Standards bereitstellen. Ein Messaging Backbone für effiziente und übergangslose grenzüberschreitende digitale Zahlungen über Protokolle und Systeme hinweg. Also es klingt auf jeden Fall schon mal überaus interessant und somit auch wahrscheinlich für Banken unter anderem und Unternehmen. Das Netzwerk wird ausschließlich CBCs und regulierte Fiat-unterstützte Stablecoin-Währungssysteme als Zahlungsmittel unterstützen. Jetzt kommt's. Es werden keine unregulierte Public-Chain-Kryptowährungen, etwa Bitcoin, akzeptiert. Das Hinzufügen einer neuen Währung unterliegt einer Abstimmung durch die Mitglieder der UDPN-Allianz als Teil des dezentralisierten Governance-Ansatzes des Netzwerks. Also ich kann hier gleich herauslesen, dass dies ein zentralisiertes Netzwerk wird, wo man natürlich dieses Dezentrale mit hineinbringen möchte, mit Validatoren, mit Nodes und mit Teilnehmern eben. Aber die Sache gehen wir auf jeden Fall an. Es läuft auf jeden Fall, wie wir hier gehört haben, sehr stark auf regulierte Stablecoins und somit auch regulierte CBDCs. Crypto möchte man, wie zum Beispiel Blockchain oder Public Chains, möchte man hier einfach außen vor lassen. Deswegen Freunde, schon mal was ganz anderes, wie das jetzt zum Beispiel Stellar Lumens oder Ripple vorhat zu machen. Die Beta-Version von UDPN ging bereits im letzten Quartal 2022 in Betrieb. Die Pilotkommerzialisierung ist nun für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant. Nach dem Start wird UDPN aus acht Allianz-Mitgliedern als Hauptgruppe von Gründern bestehen. Später werden es 16 und schließlich 24 sein. Die Strategie, die Leitung und der Fahrplan werden von den Mitgliedern der Allianz nach Abschluss der Abstimmung festgelegt. Also wer hier in der Allianz sozusagen mit aufgenommen wird oder wurde, also Allianz ist gleich Community. Also Community ist hier die Allianz. So, jetzt komme ich dann tatsächlich auch zum White Paper. Interoperable Payment Infrastructure for the Digital Currencies of Tomorrow. Schon mal ein recht gut saftiger, saftige Überschrift. Und gehen wir auch zu Seite 12 gleich rüber. Also ich verkleinere mich jetzt hier mal und wir sehen hier die Abbildung des Systems im Groben. Und ich gehe mit euch jetzt mal die Nodes durch und was das Ganze überhaupt ist. Also die grundlegende Architektur des Netzwerks ist ein zugelassenes, dezentralisiertes Netzwerk von On-Chain-Validator-Nodes, die sich mit Off-Chain-Geschäften und Transaktionen-Knoten befassen. Hier haben wir die Validator-Nodes, Governance-System, Gateway, Business-Nodes, Transaction-Nodes, Getways, Banken, also Commercial-Banks und ihre CBDCs, also CBDC-System B zum Beispiel und Customer-IT-System, User 1, 2, 3, also die Firmen zum Beispiel. Also verbinden sie Zentralbanken und Stablecoin-Systeme, die digitale Währungen ausgeben mit dem UDPN, während Business-Nodes es jedem Geschäftssystem ermöglichen, sich mit dem UDPN zu verbinden. Darüber hinaus erleichtern die On-Chain-Transaktion Audit & Reporting, also TAR-Nodes, die Arbeit von Aussichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern bei der Überwachung der Transaktionen ihrer jeweiligen digitalen Währung. TAR-Nodes sehen wir zum Beispiel hier, Auditors or Regulators, also ihr seht schon, hier wird wirklich darauf geachtet, dass das alles regelkonform ist. Hier wird man wirklich nur Unternehmen und Banken berücksichtigen, die halt dann CBDCs und Stablecoins versenden möchten, swappen möchten und das durch die neue Technologie, DLT-Technologie, das heißt natürlich effizienter, sicherer und schneller und kostengünstiger. Das UDPN ist in erster Linie eine Messaging-Plattform und konkurriert nicht mit Währungen im Umlauf oder Tokens, wie beschrieben, die lasst man einfach komplett außen vor. 1000 Transaktionen pro Sekunde beim Start, das UDPN wird keine Verwahrungsdienste erbringen und keine digitalen Daten aufbewahren oder verschieben. Das Systemdesign ist modular und skalierbar, um eine ständig wachsende Anzahl von Teilnehmern und Transaktionen zu bedienen. So, jetzt komme ich mal kurz zu den Nodes. Hier gibt es auch zum Beispiel Validatoren, also die Validator-Nodes sind das Herzstück des UDPN, eine Ansammlung von Validator-Nodes mit allen anderen Stakeholdern über eine sichere und verschlüsselte Verbindung verbunden. Die Verbindung validiert jede Transaktion auf dem UDPN. Die Validator-Knoten und TAR-Nodes sind die einzigen Nodes, die einen vollständigen Satz von Transaktionsdaten speichern. Netzwerke, Betriebe und Governance werden durch einen mehrheitsbasierten Abstimmungskonsens gesteuert. Alle Besitzer von Validator-Nodes haben das Recht, über solche Themen abzustimmen, zum Beispiel Netzwerkszugriffsberechtigungen, die Durchführung von Software-Updates, die Genehmigung der Einführung neuer Smart-Kontrakts und Anpassung der Gebührenstrukturen. Also, das gleiche oder ähnliche wie bei XRPL zum Beispiel. So, und jetzt komme ich zu den Business-Nodes. Die Endbenutzer integrieren mit dem UDPN über Business-Nodes, die von Unternehmen besessen und eingerichtet werden. Alle Business-Node-Besitzer müssen sich einer strengen KIC-Prüfung unterziehen, bevor sie sich mit dem UDPN verbinden. Also hier auch wieder streng nach Vorschrift sozusagen regelkonform. Das ist hier tatsächlich wirklich richtig groß geschrieben. Um einen Business-Node an Bord zu nehmen, müssen die Unternehmen, die die IT-Systeme besitzen, eine Bewerbung einreichen. Nach der Genehmigung durch das Governance-System des Validator-Knotens, also Notes, wird die Business-Node dem UDPN hinzugefügt und ein Zertifikat und eine DID erstellt für den Geschäftsknoten. Eine DID ist eine UDPN Decentralized Identity. Also DID, du bekommst praktisch einen digitalen Stempel, also eine digitale oder dezentralisierte digitale Identität, damit man dich natürlich, ja, auf dem Schirm hat. So, jetzt komme ich zu Seite 23 im White Paper. Wie funktioniert jetzt eigentlich dieses Dingens? Somit eine digitale Währungsübertragung. Und zwar, wie funktioniert das Ganze jetzt? Wenn eine Übertragung oder ein Austausch über das UDPN initiiert wird, sammelt das IT-System die erforderlichen Transaktionsinformationen vom Endbenutzer. Das sehen wir hier, IT-System und Endbenutzer. Einschließlich Absender, die ID, Währungtyp, Betrag, Konto des Absenders, was optional ist, die ID des Empfängers, also Konto des Empfängers, Empfänger, Währungstyp und so weiter. Anschließend senden die IT-Systeme die Transaktionsfragen an Business Notes über die Gateways. Das funktioniert dann, ja, bei Schritt 2, hier die Business Notes. Und die Business Notes wiederum stellen die Nachrichten basierend auf ihren jeweiligen Währungen zusammen. Und jede Nachricht wird dann an die Validator-Nodes weitergeleitet. Das sehen wir dann hier bei Schritt 3 und 4 und dann 5 zu den Validatoren auf der Permissioned Blockchain. So, und während dieser Übertragung der Transaktion-Node überwacht den Swap, verifiziert die Sendersignaturen oder KIC und Anmeldungsinformationen, falls erforderlich und verarbeitet die Übertragung oder den Austausch durch Übermittlung der Transaktionsfrage an die jeweilige digitale Währungssysteme. Es ist zu beachten, dass sowohl Transfers als auch Swaps denselben Satz Smart Contracts verwenden, um die Anfrage des Endnutzers auszuführen. Also so funktioniert schon mal die Übertragung der Information auf dieser Blockchain oder in diesem System. So, und jetzt komme ich zur Transaktion selber und zum Swap. Der Währungstauschprozess besteht aus zwei Übertragungsprozessen, an denen das Kapital beteiligt ist, also Pools der entsprechenden Währungen. Nehmen wir zum Beispiel 100 digitale Euros, also Sender, das wäre dann hier, Digital Currency Network oder System 1, zu digitalem US-Dollar Empfänger tauschen. Das ist dann hier der Empfänger, also Digital Currency Network System 2. Wann immer ein Geldwechsel initiiert wird, erhält der UDPN eine Übertragungsanforderungsnachricht vom IT-System des Absenders über eine Business Node. Hier User, IT-System auf Business Node und hier auf die Validatoren, die natürlich das Ganze dann genehmigen. Und dieses Ganze geschieht natürlich parallel. Die 100 digitalen Euro des Absenders werden vom Portemonnaie des Nutzers abgebucht. Anschließend wird die Nachricht an einen entsprechenden digitalen Dollar Transactions Node über Validatorknoten zu den ausgewählten Wechselkursen gesendet. Also vom Digital System 1 zu Transaction Node mit den erforderlichen Informationen zu den Validatoren. Und dann geht die Sache weiter, die Euro und digitale Dollar Transaktionsnodes werden abgerechnet. Danach wird das Digital Dollar Kapital Pool den Gegenwert von 100 digitalen Euros in digitalen Dollars des digitalen Dollar Nodes des Empfängers gutgeschrieben, wodurch der Tausch abgeschlossen wird. Und das funktioniert dann hier schlussendlich bei Schritt 14, 16, 15, wo wir hier dann die Digital Currency Network System 2 seinen Swap durchgeführt hat und seine Dollars eben bekommt. PS, das Betreiben eines Validatorenodes berechtigt den Eigentümer Netzwerkgebühren zu verdienen. Also du verdienst auch daran, die über die Allianz festgelegt werden. Diese werden dann gleichmäßig aufgeteilt. Leute, ich könnte noch immer weiter ins Detail reingehen. Ich habe mir soweit das White Paper durchgelesen. Schlussendlich tappen wir trotzdem alle noch im Dunkeln, welche Bank, welche Regierung, welche Sablecoin, Herausgeber, was für ein System nutzen werden. Es ist alles noch einfach viel zu früh, um hier Panik zu schieben und hier sagen zu können, okay, das ist ein Konkurrent und das wird jetzt genutzt. Von daher, Freunde, einfach aktuell bleiben. Ich kann nichts anderes sagen an euch da draußen. Aktuell bleiben, euch gut positionieren und schauen, wohin die Reise geht. Ich denke, es wird also kein Projekt, egal ob es jetzt Stellar Lumens heißt, SWIFT oder diese Blockchain Gigant mit ihrem System UDPN oder RippleNet, keiner von denen wird das Große und Ganze abbekommen. Natürlich, SWIFT ist wieder was komplett anderes, aber auch die reißen sich natürlich um. Diese Blockchain Technologie, zum Beispiel Partnerschaft mit Chainlink unter anderem. Stichwort Interoperabilität. Aber was sehen wir? Was sehen wir? Es geht in diese richtige Richtung, Freunde. Und auch wenn Stellar Lumens und Ripple mit RippleNet und diverse andere Blockchain Projekte, nur einen klitzekleinen Teil davon und den Derivativmarkt darf man natürlich auch noch nicht vergessen, einfach einen kleinen Teil schon abbekommen, Leute, dann schallern wir einfach hoch. Ja, von daher einfach weiterhin aktiv bleiben und somit aktuell bleiben, damit wir schlussendlich dann schauen können, wohin die Reise geht und in welche Richtung, was wird man nutzen bezüglich CBDCs und Stablecoins, bezüglich Banken und Regierungen, Unternehmen. Ich denke aber trotzdem, dass das hübsch gut aufgeteilt wird. So, Leute, das war's. Ich hoffe, ihr konntet was Informatives auch aus diesem Video rausziehen. Von daher verabschiede ich mich. Ciao, ciao. Euer Avon.